Felix Wittwald? Ja, ich kenne ihn schon, als ich Trainer hier im U18 war. Der Mann, bei ihm ist einfach Werder Bremen, Genni ist da und er hat seine Erfahrungen gesammelt, schon in der Bundesliga, damals in der zweiten Liga, in Duisburg, dann in der letzten Saison und so weiter. Und jetzt ist Genni hier und er sagt das selber, ich habe zu Hause wieder gelandet. Und nochmal, das ist der Typ, der uns einfach verbessert hat. Warum dass Korn-Kastels uns verlassen hat, obwohl das nicht unsere Spieler gewesen sind. Und das sehr gute Tandem mit Rafa und Wolf, dass die beiden so passiert. Aber normalerweise war es so ein Kampf für den ersten Platz gewesen. Und jetzt wird Felix morgen und Samstag und so weiter spielen und wir warten trotzdem, dass Rafa und Wann bald wieder zurückkommen. Aber Felix ist schon zu beweisen, dass er der Mann ist, der uns vielleicht auch gefällt. Überschuss